Mit dem Raimund Reintiers Projektmanager Safer Nightlife Sonar hier in Berlin, die setzen sich dafür ein, dass nicht nur Cannabis, sondern auch andere Substanzen sicher konsumiert werden können. Und Pick-up an den Raimund und herzlich willkommen hier auf der Hanfparade. Ja, danke Michael. Hallo. Ja, habt ihr jetzt schon so ein bisschen gehört. Ich vertrete quasi das Nachtleben auf dieser Hanfparade. Und ja, man könnte sagen, das große Thema dieses Jahres oder so ist ja die kommende Legalisierung von Cannabis. Fürs Nachtleben kann ich dazu sagen, irgendwie ist es uns auch egal. Also gekifft wurde seit 20 Jahren auf Portys, auf Konzerten, auf Festivals, im Park, privat, öffentlich, völlig egal. Das heißt, die Legalisierung ist für uns jetzt nicht so ein Schritt, wo wir sagen, dadurch verändert sich irgendwie im Gebrauch dieser Substanz irgendwie großartig was. Da erwarten wir eigentlich nicht so viel. Aber es hat trotzdem viele Vorteile und wir unterstützen das natürlich unbedingt, weil in erster Linie sicher konsumiert werden kann. Und wir auch dann irgendwann mal wissen, dass dem Cannabis oder Hasch oder was auch immer ich dann irgendwann kaufen werde, was da drin ist. Und dass da auch nur das drin ist, was draufsteht oder was ich da kaufe. Also bisher ist das immer so ein bisschen Glückssache gewesen. In der Vergangenheit ging das meistens ganz gut, weil es sich auch nicht so richtig gelohnt hat, diese Substanz zu verschneiden oder mit irgendwie großartig anderen Sachen zu strecken. Aber mittlerweile, wenn wir das CBD-Gras zum Beispiel für 2 Euro irgendwo kaufen und produzieren können, dann ein bisschen synthetisches Cannabinoid drüber gesprüht, kann ich irgendwie das Zeug für 10 oder 12 Euro im Girlie verkaufen. Und da muss ich anders als einer meiner Vorredner sagen, also so richtig toll ist die Verkaufssituation in den Parks nicht. Ich würde das schon begrüßen, wenn man das schön in Coffeeshops kaufen könnte oder zumindest an Orten, an denen man das ohne Angst haben zu müssen, vielleicht noch in andere Sachen verwickelt zu werden oder nicht genau zu wissen, was ich da kaufe. Also das ist schon ganz gut, wenn das kommt und das unterstützen wir. Aber was wir vor allen Dingen natürlich fordern und da schließe ich mich ganz vielen VorrednerInnen an, ist, dass neben der Legalisierung endlich auch die Straffreiheit fürs Kiffen kommt, dass man aufhört mit dieser Strafverfolgung. Weil ich weiß nicht, wie lange sich das noch hinzieht, bis wir tatsächlich einen Legal-Cannabis und Co. erwerben können, aber es ist überhaupt nicht einzusehen, dass bis dahin auch noch weiter Leute dafür drangsaliert, in den Knast gesteckt, Sozialstunden bekommen, Geldstrafen aufgebrummt bekommen und so weiter. Dafür gibt es in meinen Augen überhaupt kein Argument, wenn man sowieso vorhat, das Ganze zu legalisieren. Also damit muss mal Schluss sein. Ansonsten hoffe ich, dass wir demnächst Hanfparaden und solche Veranstaltungen wie diese unter dem Zeichen führen können, dass wir die Legalisierung irgendwann erreicht haben und dass wir uns neue Ziele stecken. Und ansonsten, glaube ich, ist alles schon gesagt worden, was ich jetzt noch sagen könnte. Das muss ich jetzt nicht zum 27. Mal wiederholen. Ich wünsche euch noch viel Spaß, nämlich jetzt kommt ein bisschen Reggae-Musik und ja, dann habt noch einen schönen Abend. Ich wünsche euch noch mal wieder.